Hallo zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Dip-Video. Gerade habe ich ja den Tomate-Basilikum-Dip gemacht. Jetzt gibt es einen Dattel-Dip, der schmeckt auch sehr, sehr, sehr gut. Der ist auf der einen Seite süß durch die Datteln, auf der anderen Seite ein bisschen scharf durch die Harissa-Paste und den Knoblauch, der da dran kommt. Und diese Kombination ist einfach unglaublich lecker. Das Rezept hat mir die Thermifee mal zugeschickt. Sie hat es selbst noch nicht verfilmt. Ich habe sie gerade gefragt, ob ich das denn verfilmen dürfte. Und da hat sie gesagt, na sicher. Und deswegen mache ich das jetzt und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir fangen, wie der Name des Dips natürlich schon anmuten lässt, mit Datteln an. Ich muss jetzt hier ein bisschen auf mein Handy gucken, damit ich weiß, was zu tun ist. Und zwar brauchen wir zunächst mal 200 Gramm entsteinte Datteln. Das ist jetzt hier aus dem Rewe von der Firma Seeberger. Da könnt ihr natürlich auch alles nehmen, was es da sonst noch gibt. Das waren aber jetzt, glaube ich, die einzigen, die da im Regal standen. Und da brauchen wir halt jetzt die kompletten 200 Gramm. Entsteint, aber natürlich wichtig. So, dann kommt noch hinzu eine Knoblauchzehe. Da nehmen wir allerdings jetzt den Knoblauchgrundstock. Da habe ich gerade hier die Löffel gespült. Die trockne ich nur noch mal eben kurz ab. Weil nämlich der Löffelverbrauch, der Teelöffelverbrauch insbesondere, ist hier beim Kochen unglaublich, unglaublich groß. Habt ihr das auch, dass ihr so viele Löffel immer braucht zum Abmessen und sowas alles? Also ist ganz, ganz schlimm bei mir. Da kommt jetzt ein Löffel, ruhig ein guter Löffel dran. Wenn ihr die Paste nicht habt, nehmt ihr einfach eine Knoblauchzehe. Das ist auch kein Problem. Das Ganze wird jetzt vermischt. Jetzt muss ich aber eben noch mal nachgucken hier. Und zwar 8 Sekunden Stufe 10. Beziehungsweise nicht vermischt, zerkleinert wird das jetzt. 8 Sekunden Stufe 10. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr habt also jetzt quasi so Dattelstückchen. Ein bisschen was hier am Mixtopfrand klebt, das schieben wir jetzt mal runter. Und jetzt kommen auch schon die restlichen Zutaten hinzu. Die da bestehen aus Schmand 200 Gramm. Das ist also ein Soßbecher. Der kommt da ur-komplett dran. Ihr könnt wahrscheinlich, wenn ihr das ein bisschen leichter haben wollt, also im Sinne von Kalorien leichter, anstatt dem Schmand Frischkäse, ach Frischkäse sag ich schon, Creme Fraiche nehmen, beziehungsweise dann Creme leicht, gibt es ja da auch, so eine fettreduzierte, das ist alles kein Problem. Natürlich ist Fett ein Geschmacksträger, aber wenn ihr da Fettbedacht dran gehen wollt, dann könnt ihr das auch ruhig austauschen. Dann kommen noch 200 Gramm Frischkäse hinzu. Auch die komplette Packung. Und dann kommen jetzt noch die Gewürze. Jetzt muss ich wieder nachgucken. Einen Teelöffel Harissa-Paste. Die sieht so aus, die habe ich erst gesucht im Rewe, habe sie dann erst durch Nachfragen gefunden. Die stand ja in dieser Asia-Abteilung. Da kommt jetzt ein Teelöffel von dran. Und einen halben Teelöffel Kreuzkümmel und einen halben Teelöffel Curry. Fangen wir mit dem Kreuzkümmel an. Gemahlen muss der sein. Ein halber Teelöffel, so ungefähr. Und ein halber Teelöffel Curry. Jetzt steht hier lieblich. Ich wusste gar nicht, dass es lieblichen Curry gibt. Keine Ahnung. So einen halben Teelöffel. Das war es schon. Datteln habe ich, Knoblauch habe ich, Frischkäse habe ich, Schmand habe ich, Harissa-Paste habe ich, Kreuzkümmel habe ich, Curry habe ich. Das Ganze wird jetzt nur noch vermischt. Und zwar für 15 Sekunden auf Stufe 5. Wir schieben mal hier, was noch am Mixtopfrand klebt, etwas herunter. Mal gucken, ob wir das dann nochmal vermischen müssen. Ich glaube aber nicht. Nö. Nein, das reicht. So. Das war es auch schon. Ich probiere aber jetzt nochmal eben mit euch zusammen, auch wenn ich weiß, wie es schmeckt. Es ist jetzt etwas flüssiger, als ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, wenn das in den Kühlschrank kommt, dann wird das wieder fester. Aber ich probiere jetzt trotzdem mal eben mit euch. Lecker. Was ich schon sagte, diese Datteln, das ist schön süß. Und so ganz hinten irgendwo kommt ein bisschen schärf durch. Aber wirklich sehr interessanter Geschmack. Auch das fülle ich jetzt einfach nur in so eine Tupper-Schüssel. Das wird ja auch morgen direkt hoffentlich komplett aufgebraucht. Das hält sich so. Also ich hatte das schon ein paar Tage im Kühlschrank. Da war das auch eigentlich immer noch gut. Ich habe dann die Reste irgendwann leider weggeschmissen. Weil ich kann ja jetzt auch nicht hier für mich alleine jeden Tag da die Dattelcreme essen. Das ist ein bisschen arg viel. Aber wenn ihr halt zu mehreren seid, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Gerade wenn ihr irgendwie grillt oder so. Das ist halt ein perfekter Dip dann für irgendwelche Brote oder Baguettes oder sowas, die ihr dann halt beim Grillen dazureichen könnt. Das war's. Die Reste lassen wir da jetzt drin. Dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Foto. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Schmeckt sehr gut. Macht das nach. Jetzt kommt die Grillsaison. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Kochen. Und ich sage bis dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.